Willkommen im Wald. Wir machen mal ein kleines Experiment, jetzt live, ganz unvorbereitet. Ich habe gerade etwas über das Gesetz der Affinität gelesen. Das heißt, abgekürzt ja, so wie du in den Wald hineinrufst, also mit der Frequenz, mit der Schwingung, mit der du eben in den Kosmos hineinwirkst, so tönt es zurück. Also durch das Gesetz der Affinität zieht sich quasi Gleiches an. Von Mikhail Ivanov haben wir gelernt, dass wenn man zum Beispiel zwei gleiche Stimmgabeln auf einen Tisch stellt und eine davon zum Klingen bringt, dann wird diese andere, weil sie eben dieselbe Frequenz eigentlich hat, auch anfangen zu schwingen in derselben Weise. Und so wie wir also durch unser Denken, Fühlen und Wollen quasi hinauswirken in das Universum, von unserem Mikrokosmos aus in das Makrokosmos hinein, so wird es eben dann auch zurücktönen. Wenn wir uns jetzt also mal bewusstseinsmäßig auf dieser Ebene befinden und einfach mal den Versuch unternehmen zu beobachten, was zum Beispiel in einem, sagen wir mal, beliebigen Text im Evangelium steht, das muss ich jetzt noch rausfinden, welcher das sein wird. Also wir nehmen dann diese Brille von diesem Gesetz der Affinität und schauen dann mal mit dieser Perspektive auf das, was hier in dieser Schrift steht. Ich habe jetzt eine Stelle gefunden aus dem Markus-Evangelium im vierten Kapitel, Stillung des Sturmes. An jenem Tage sprach er zu ihnen, als der Abend gekommen war, lasst uns über diesen See fahren. Und sie zogen sich von der Menge zurück und nahmen ihn, als er in das Schiff eingestiegen war, in ihre Mitte. Es fuhren auch noch andere Schiffe mit. Da entstand ein heftiger Wirbelwind, und die Wellen schlugen über das Schiff zusammen, so dass es sich schnell mit Wasser füllte. Er selbst war hinten im Schiff und schlief auf einem Kissen. Da weckten sie ihn auf und sprachen, Meister, sorgt es dich nicht, dass wir untergehen? Und er stand auf und gebot dem Wind Einhalt und sprach zum Meere hin, Schweige und verstumme. Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Warum habt ihr keinen Glauben? Sie fürchteten sich aber eher noch im Meer und sprachen zueinander, Was für ein Wesen mag er sein? Sogar den Wind und das Meer gehorchen ihn. Also hier haben wir sicher eine spannende Stelle mit Aktualität, insofern wir jetzt auf sehr stürmische Zeiten zugehen. Und wenn wir den Text mal nicht nur äußerlich betrachten, also mit dieser Bootsfahrt hier, sondern eben so ein bisschen den esoterischen Blick versuchen, so sehen wir, dass am Abend dann eben, es heißt, lasst uns über den See fahren. Was heißt das? Es ist am Abend. Und am Abend wissen wir, dass unser Bewusstsein, unser Tagesbewusstsein jetzt abklingt und eben übergehen wird in eine andere Sphäre hinein, in eine andere Qualität, in eine andere Frequenz. Das Wasser steht ja im Zusammenhang auch häufig mit dem Seelischen, mit diesem fließenden, flüssigen, ruhigen oder stürmischen. Und sie zogen sich von der Menge zurück und nahmen ihn, als er in das Schiff eingestiegen war, in ihre Mitte. Also sie verlassen das Tagesbewusstsein. Vorher hören wir hier, dass sie eben verbunden waren mit der Menge und der Frequenz und Stimmung, die da in der Menge halt, in der Masse herrscht. Und jetzt ziehen sich eben die esoterischen Schüler mit dem Meister zurück und begeben sich sozusagen auf das Wasser innerhalb eines Bootes und stellen ihn in ihre Mitte. Es fuhren auch andere Schiffe mit, heißt es da. Also sie sind nicht ganz allein nur mit ihm, sondern in diesem seelischen Bereich sind eben auch andere Schiffe unterwegs. Es wird zwar nicht beschrieben, was die für eine Frequenz so mit sich tragen, aber es entsteht halt danach ein Sturm. Also, da entstand ein heftiger Wirbelwind. Ein Wirbelwind ist ja auch ein Sturm, wo sich die Dinge drehen. Also wo auf der einen Seite vielleicht so etwas wie ein Unterdruck ist, so ein Vakuum und dann die restlichen Sachen eingezogen werden. Es kommt also zu starken Wellen und das Wasser, das Boot füllt sich mit Wasser. Dann heißt es hier, er selbst war hinten im Schiff und schlief auf einem Kissen. Also Jesus hier hat sich hingelegt und ist also somit nicht mehr in der vertikalen und in diesem wachen Bewusstsein unbedingt, sondern er hat sich möglicherweise auch hingelegt, um zu schauen, wie jetzt die anderen, die noch in der Vertikalität sind, wie sie sich schlagen in diesem seelischen Meer. Also was kriegen die hin, die Schüler? Das testet sozusagen der Meister hier, könnte man sagen. Und dann kommt es ja, wie gesagt, zu diesem Stören, zu diesen gefährlichen Verhältnissen, wo also eine existenzielle Gefahr droht. Da wecken sie ihn auf und sprach, ein Meister sorgt es sich nicht, dass wir untergehen. Und er stand auf und gebot dem Wind Einhalt und sprach zum Meere hin, Schweige und Verstumme. Also hier sehen wir Jesus, den Menschengott oder Gottesmenschen oder den spirituellen Meister. Er richtet sich wieder auf in die Vertikale und aus dieser Vertikalität heraus spricht er dann zu den Elementen, die unruhig geworden sind und sagt, Schweige und Verstumme. Also hier trifft er auch den Schlüssel, die entsprechende Frequenz, die Sprache dieser Elemente, dieses seelischen Meeres, sagen wir mal. Und wenn da er eben diese richtige Formel benutzt als Meister, beruhigt sich dieser Bereich. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und dann spricht er eben zu seinen esoterischen Schülern nach dieser Prüfung und Demonstration. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Hier kann man fragen, wovor haben sich die Jünger da gefürchtet? Vor diesen Wellen, vor diesem Wirbelsturm, vor diesen anderen Schiffen und deren Frequenz oder Bewohnern. Jedenfalls können wir davon ausgehen, dass sie eben furchtsam waren und eben auch das Vertrauen verloren haben in dieser Furcht. Also wenn sich der Mensch ins Seelenbereich, ins Seelenmeer begibt, dann verlässt er ja diesen stofflich konkreten Bereich, wo alles seinen Platz hat und alles greifbar ist und befindet sich jetzt in einem fließenden Zustand, wo es gar nicht mehr so leicht ist, Orientierung zu finden. Und wenn sich das da plötzlich eben stark bewegt, also im Sinne eines Sturmes, dann, wenn dann kein Vertrauen ist in diese Ich-Kraft, dann kommt es zu Furcht und dann besteht eine Gefahr. Sie fürchteten sich aber eher noch mehr und sprachen zueinander, was für ein Wesen mag er sein, sogar Wind, sogar der Wind und das Meer gehorchen ihm. Also die Schüler sind hier eben offensichtlich sehr beeindruckt und fürchten sich jetzt noch mehr vor dem Lehrer, als vor dem, was vorher war, könnte man vielleicht wagen zu sagen. Also hier jedenfalls heißt es dann noch mal, sogar der Wind und das Meer gehorchen ihm. Und da aus esoterischer Sicht kann man sagen, der Wind ist eben seit jeher der Atem, der Geist, ja, also die geistige Sphäre sowie eben auch das Meer, die seelische Sphäre mehr, wobei sich das natürlich durchdringt, gehorchen diesem Gottesmenschen oder diesem Meister. Und das ist eben hier eine Demonstration davon. Und ja, im Sinne dieser Betrachtung nach dem Gesetz der Affinität können wir ja sagen, das ganze Unternehmen läuft ja gut bis zu dem Zeitpunkt, wo der Meister seine Aktivität quasi bewusst runterfährt und es den Schülern jetzt überlässt, durch das, was sie aussenden, die Situation ja selber zu meistern. Und wir sehen, das kriegen sie so nicht hin, sondern sie ziehen dann durch ihre durch ihre Frequenz im Prinzip den Sturm an, den Chaos. Und erst wenn der Meister sich dann wieder aufrichtet und eben etwas ganz anders präzise aussendet, kommt es dann wieder zu dieser Ruhe. aufrichtet. Vielen Dank.